Hey Papa, schau mal nach oben, die Wolken, die sehen so aus, als würden wir uns die ganze Zeit verfolgen. Ja, mein Sohn, da hast du recht, die Wolken sind heute sehr schnell unterwegs. Was ist denn mit dem Jungen da hinten los? Der benimmt sich ja wie ein Kind. Papa, Papa, guck mal die Blätter auf dem Boden, wie sie hin und her schwingen die ganze Zeit wegen dem Wind. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, es ist doch jetzt sehr windig geworden, wir müssen bald heim. Hören Sie mal, sollten Sie nicht mit dem Jungen meinen Arzt aufsuchen, der benimmt sich ja wie ein Kind. Das haben wir bereits, wir kommen gerade aus der Klinik, mein Sohn ist von Geburt an blind gewesen, doch heute hat er sein Augenlicht wieder geschenkt bekommen. Oh, das wusste ich gar nicht, ich bitte um Verzeihung.